So, man sieht grün. Ich bin in Chengdu und deswegen muss ich euch Pandas zeigen. Auf jeden Fall, es geht nicht ohne. Entschuldigung für das Gewackel-Stativ habe ich zwar dabei, aber hier ist gerade übelst viel los, weil immer noch Ferien sind. Hier war eben einer in diesem Graben, aber jetzt wohl... Ah ja, ich sehe da vorne in der Ecke. Und das ist ein kleiner Panda. Ich habe da vorne im Wald eben noch einen gesehen. Aber das sieht gerade ein bisschen düster aus. Kleine Pandas sind übrigens tausendmal interessanter als große Pandas, weil die nicht die ganze Zeit nur mit Schlafen und Essen verbringen, wie die Chinesen selber auch. Sondern sie laufen auch durch die Gegend und drehen übelst am Rad. Ich glaube, ich gehe gleich mal ein Stück hoch. Ich halte mal die Kamera ein bisschen höher, damit man vielleicht noch hinten einen rumlaufen sieht. Da kommt einer den Baum runter. Ich hoffe, es ist halt gerade mittendrauf. Oh, sehr schön. Oh, ich habe sogar einen Zoom hier dran. Ist das nicht toll? Da ist er. Ist er nicht putzig? Das ist übrigens unser allseits bekannter Internetbrowser der Firefox. Es ist nämlich kein Fuchs, sondern Firefox ist in der Tat ein kleiner Panda. So, jetzt macht er sich aus dem Stau. Zoom ich mal wieder raus. Ich glaube, der hier unten ist schon nicht mehr da. Ich filme mal weiter, wenn man mehr sieht. Und dann schneide ich das später zusammen. So, da sind sie wieder. Wenn ich heranzoome, fängt meine Handzittern noch mehr auf. Das ist nicht toll. Ja, so viel zu zoomen machen. Da ist ein Chilese, aber davon laufen genug rum. Oh, ich bin total begeistert. Also im Moment ist man ungefähr so drei Meter von den Tierchen entfernt. Die haben sich in der Tat schon daran gewöhnt, dass hier regelmäßig Leute rumlaufen. So, jetzt legt er das Handzug. Dann gehen wir nach oben zu wandern. Dann gehen wir nach oben zu wandern. Oh, da wackelt das Ort. Oh, da hinten läuft noch ein Vögelchen rum. Und jetzt ist es hinter den Tisch verspunden. Aber er kommt zurück. Ja, die Tierchen hecheln gerade auch. Den scheint auch ein bisschen heiß zu sein. Heute scheint sogar ausnahmsweise die Sonne. Das tut es ja in Tungdu nicht so sonderlich häufig. Wir sind hier zwar im subtropischen Klima. Ah, da hinten ist das Vögelchen. Ich zoome mal drauf. Allerdings habe ich mir sagen lassen, du hast halt den Kopf hoch. So, das sieht aus wie ein Vögelchen aus. Na ja, ich gehe mal weg hier. Wollen auch noch andere Leute gucken. So, ein Gehge weiter sind noch mal kleine Pandas. Diesmal sogar drei. Da hinten hinter dem Busch ist auch noch eine. Genau, in Tungdu scheint die Sonne. Das ist nicht so sonderlich häufig so. Man könnte es fast als das London Chinas bezeichnen. Mit allem Unterschied. Selbst London hat mehr Sonnentage als Tungdu. Warum auch immer das so sein mag. So, knusper, knusper. Ja, wie man sieht, auch kleine Pandas fressen Bambus. Und reiben ihren Arsch an den Schwänzen ihrer Artgenossen. Was zum Teufel. Da hinten ist noch einer in Aktion. Ja, im Gegensatz zu den großen Pandas sind die kleinen oder roten Pandas nämlich auch beschickte Kletterer. Soweit ich weiß, halten die sich sogar meistens eher auf Bäumen auf als am Boden. Das kann man den großen Pandas ja nicht so zumuten. Die sind ja doch ziemlich pummelig und bodenständig. Aber die kleinen, die sind da ganz flink. Obwohl die so klein eigentlich gar nicht sind. Also, ich würde mal sagen, da ist er. Ich denke mal von der Größe her kann man die schon etwa mit einem Fuchs vergleichen. Vielleicht sogar ein bisschen größer als ein Fuchs. So, so. Schlägerei im Pandas. Da gab es klar. Er hat sich nicht beeindrucken lassen. Er ist immer noch fröhlich am Mampfen. Ja, ne? Ich glaube, dann gehe ich jetzt mal langsam zu den großen rüber. Ich glaube, dannϊ